So, alle Minister da? Ja! Kabinettssitzung ist eröffnet. Ich hab da mal ein paar Fragen. Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Vom Regieren bitte sehr. Sehen alle da so alt aus wie ihr? Keiner baut so'n Scheiß wie wir. Was macht die Stümper vor allen Dingen? Andere Leute Geld durchbringen. Hört ihr denn nicht, wie die Bürger schreien? Das geht uns am Arsch vorbei. Der Pleite-Stümper fängt an. Hans Eichel, das Blockflötengesicht. Pfeift aus dem letzten Haushaltsloch. Hey, Trittin! Ja, Chef? Du bist doch der Dosenstümper. Jetzt sing hier nicht so blöd rum. Sag mir lieber, wo ich dich Flasche wieder zurückgeben kann. Wie wär's denn mit der Öko-Tonne? Zweite Stimme, übrigens Stolpi, der lustige Mautstümper. Genau. Leider ein Uraltmodell mit Rücktrittsbremse. Und jetzt alle Regierungsstümper zusammen. Auch Strucki, der Truppenstümper. Jawohl! Und der Pillenstümper. Oh lalalalalalalala. Was muss man als Stümper können? Schludern, Fuschen, Mogeln, Pennen. Geht ihr gern in den Bundestag? Nein, das geht uns auf den Sack. Greift ihr auch mal in die Haushaltskasse? Darauf kannst du einen lassen. Ihr blast Milliarden in die Welt. Na und ist doch nicht unser Geld. Ja, auch wieder wahr. Hey, Klement, aufhören. Wir sind hier nicht bei Christiansen. Leg dich lieber wieder hin. Yes, Sir! Der Volle ist nämlich der Superstümper. Der kann doppelt so wenig wie alle anderen. Ach, Leute, mit euch ist wie in der Losbude. Wo man hinguckt, jede Menge Mieten. Ha, ha, ha. Alle singen mit. Yoshi, der Reisestümper. Otto, der Opa-Stümper. Und Edelgard Bullman, die... Wer ist denn das überhaupt? Woher sollen wir denn das wissen, Spacko? Ha, ha, ha. La, 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 la. Und jetzt hört alles auf mich. Ich bin der Oberstümper. Ha, 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 ha. So, alle schön weiterstümpern. Ich?